Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5 LS PDFA Und ja, heute ist Donnerstag. Warum kommt heute eine Folge? Das hat eine gute Neuigkeit, denn ich habe jetzt beschlossen, anstatt nur jeden Dienstag und jeden Samstag, jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag, eine Folge LS PDFA rauszubringen. Also nicht nur alle zwei, sondern jetzt auch alle drei Tage, dachte ich mir, ist besser. Und ja, ich hoffe, das freut euch, denn ihr mögt die Serie auf jeden Fall sehr. Ist klar, das hier immer. Und deshalb, ja, ich denke mal, eine gute Nachricht euch und mir macht es auch einen Riesenspaß, das zu machen. Wir haben wieder eine neue Mod drin. Und ja, wir werden uns heute mal wieder zur California Highway Patrol übergeben. Wir sind zwar hier in der Stadt, aber wir werden aus der Stadt rausfahren. Keine Sorge, mein Lieben. Also hier nehmen wir Top von Chorello oder Baker. Nehmen wir mal das kurzärmelige Hand, ist nämlich gutes Wetter. Ja, erste Hose, Gear, lassen wir natürlich hier schön unsere Waffe drin. Insignia, bleiben wir im Standard und Props. Nehmen wir natürlich wieder unsere geile Sammbrille. Nicht die, die, genau. Gut, und ja, ich wollte eigentlich schon eine Glock einstudieren als Waffenmodell, aber ich war noch nicht ganz zufrieden, wie die aussahen, da werde ich nochmal gucken, genau. Und ja, da wir natürlich California Highway Patrol sind, wir werden noch nicht das Bike nehmen, das nehmen wir noch, keine Angst. Ich habe noch vieles vor. Ähm, ich hatte überlegt eigentlich heute vielleicht wieder nach Dings zu gehen. Nach, ähm, Blaine County, aber da dachte ich mir, ah, mit den neuen Calls vielleicht kannst du dann mal wieder Highway Patrol sein. Da bin ich neben dem Bravado Buffalo, das ist dann das Police Department. So, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Unterschied macht. On, off, on, mach mal on. Ach, das ist so ein kleiner Spoiler, oder? Mach mal on. Ähm, jedenfalls, ich wollte eine kleine Mod installieren, damit wir, ähm, da Highway Patrol draufstehen haben. Das ist so ein kleiner Spoiler, ist ja geil. Das hat dann aber leider nicht, wir wollen noch mal kurz load, plug-in, more, genau. Das hat dann leider nicht ganz geklappt. Und, und das hat dann dazu geführt, wenn du mal rechts blinken, dass, ähm, alle Autos dann Highway Patrol draufstehen, was nicht unbedingt schlecht aussah, aber es hat mir nicht gefallen. Dann habe ich das deinstalliert und dabei, da ich eine Backup-Datei, die ich selbst erstellt habe, hingemacht habe, ist etwas passiert, was ich gar nicht wollte. Aber eigentlich ziemlich gut, dass das gehört zu einem anderen Mod, den ich eigentlich erzählen wollte, aber die hätte dann mit den Lichtern, die ihr hier seht, äh, Probleme gemacht. Und zwar haben wir dann die LAPD, ähm, Vehicle, ja, äh, Skin-Modifikation, und das ist noch nicht komplett überall, aber hier steht jetzt zum Beispiel City of Los Angeles verhandelt in 1781, to protect and to surf. Ja, also das ist eigentlich ein ziemlich guter Nebeneffekt, hier hinten steht es noch nicht, aber ich denke, ich werde mir da irgendwann mal die Arbeit machen und die alle wechseln, damit auch überall LAPD steht. Personal Progress, das wollen wir nicht, wir holen uns natürlich unsere Sachen, unsere coolen Sicherheits- und unsere Karabiner raus, und wollen dann mal uns Richtung Highway begeben. Hier, wir können natürlich auch mal da hinten patrouillieren, wollen wir hinten patrouillieren, ach nee, wir fahren einfach mal hier, wir fahren einfach mal rum, und gucken so, was uns auffällt, wir können ja auch ein paar Speedzones aufstellen. Ah genau, ich will hier noch das neue Plug anzeigen, ich bin fast voll hervorgefahren, und... Na, weißt du jetzt nicht, was du jetzt getan hast, ne? So, ich sag dir, was du getan hast, du bist über eine rote Appe gefahren, und das wird sich wirklich anhalten, mein Lieber. Fahr bitte ran. Oder bleibt da stehen. Ist auch okay, wir machen den Warnblinker an. So, ey, wir sind noch nicht mal weg, und schon haben wir hier den ersten Traffic-Stop. Dann wollen wir hier erstmal STRG-I und den Traffic müssen slowen. Gleichzeitig will ich mal einen kleinen Alkoholtest bei Ihnen ausführen, liebe Dame. Oh, und sonst, hallo. 8,3 Promille im Blut, uh, das ist nicht gut, meine Guterlady, es ist erst morgens, und sie haben schon Blut, äh, Alkohol im Blut, und sie haben trunken. Bitte einmal ihren Führerschein. So, ich check das einmal kurz durch, bitte. Susan White. So, es ist 57, sie hat schon Alkohol im Blut, oder? Sie hat einfach nur extrem lange gedacht, und sie hat nur sehr viel getrunken. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal einen Playcheck machen. So, wie hieß die Susan White, ne? Susan White, wenn ich mich richtig entsinne. Susan White, License is failed, no active violence. Gucken wir, ob mit dem Auto alles okay ist. Flags none, wollen wir den aber nochmal hier mit dem Radio natürlich überprüfen. Der, äh, Fincone, der Macher des Police Radio, versucht übrigens, das alles noch zusammen zu machen. Also, dass die Datenmark des Playchecks gleich ist, die im LSPDFA zusammen ist. Person Pro, okay, 0, 7, äh, 7, Uniform, Foxtrot, Whiskey, 4, 2, 3. Jetzt will wir mal das Licht wieder weg machen. Susan White, ah, sieht doch alles gut aus. Ich werde einmal kurz ihren Wagen durchsuchen. Einmal schnell hinten auf den Motor rauf. Gucken, ob sie da irgendetwas Illegales drin haben. Nothing of interest. Und dann bitte ich es dir einmal, auszusteigen aus ihrem Wagen. Denn wir trunken... Nein, is he a warning? Nein, das wollte ich nicht. Oh, shit, shit. Ah, Gott! LSPD, hinterher! Ähm, Stauung, Schiff, Stauung, H. So. Stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Sie fahren hier nicht alkoholisiert weiter, meine Lieber. Das wünschen sie sich vielleicht, aber das tun sie nicht. Licht brauchen wir hier nicht. So. Gut, jetzt gerne mal anhalten. Wäre sehr freundlich von Ihnen. Oh, Gott! Meine Güte. Eindeutig besoffen die Frau, dann wollen wir hier... Oh, shit! Sie haut ab. Okay, also wir haben eine Fünsjagd. So, und wir haben schon einen ersten Zusammenstoß des Verdächtigen. Wir brauchen Local Patrol Units. Local Patrol Unit, Local Patrol Unit und Local Esport Unit. Gleich natürlich schon den perfekten Wagen, um hier einen R8 zu verfolgen. Also einen 9F. Hier mit unserem Bravado Buffalo. Oh, jetzt dürfen wir uns nur die Legs nicht zerstören. So. Zweiten Stopp. Da hat sie dann sich überlegt. Ah, da fahre ich vielleicht lieber weg. Wir wollen hier einmal Request to Pit. Wir wollen einen Pit-Manöver ausführen. So, okay, wir dürfen eine Pit-Manöver ausführen. Ah, shit, das war nicht gut. Hier können wir sie jetzt aber einkesseln. Jetzt müssen wir unsere Einheiten von hinten kommen. Oh, shit. So. So, aus. Hände hoch, hände hoch. Oh, ihr Auto ist kaputt durchs Pit. So, was hat die gemacht, damit die stehen bleiben? Stehen bleiben, LSPD! So, Hände hoch, meine Lieben. Oh, wow, ich hatte sie doch. Meine Güte. Ha, rip. Ich bin jetzt wunderbar. So, ich glaube, du wirst jetzt zerpackt, oder? Hallo? Hallo? Wir können jetzt... Wir haben jetzt halt eben eine neue Mod. Weiß nicht, ob wir sie damit rauskriegen können. Wir können, indem wir G drücken, können wir jetzt die Person untersuchen. Das ist der gleiche, der auch die Vehicles Search Mod gemacht hat. Also, das ist eigentlich genau die gleiche Mod, nur halt eben jetzt auch für Pets. For nothing of interest. So, jetzt ist sie hoffentlich raus. Jetzt buggt sie hoffentlich nicht mehr. Doch, sie buggt noch. Gut. Dann müssen wir das jetzt leider so machen. Es tut mir leid, Lady. Tut mir sehr leid. So, jetzt werde ich einmal ein Corona haben. Police Radio is crashed. Aha. Load. Placken. Police. So, Radio. Danke. Gut, da haben wir es wieder. Gut, dann scheiß mal mal auf den Corona. Wir gehen wieder in unseren Wagen. So, dann wollen wir einfach mal entschuldigen, Lady. Ich muss einmal etwas vorführen an Ihnen. Das ist ein guter Anmachspruch, ne? Dann können Sie betatschen. Ich muss einmal kurz was an Sie vorführen. Nein, wir wollen Sie einfach mal kurz durchsuchen, um mir zu zeigen, dass wir Sie auch durchsuchen können. Oh, Forge Lady, Gott, das ist immer nicht so gut wie Sie, Lady. Dann bitte einmal stehen bleiben. Ja. Wunderbar. Dann hinknien und auf den Boden. Hände in den Kopf verschränken und ich werde Ihnen sanft ein paar Handschellen anlegen. Für mich ist das sanft. Ich komme aus 50 Shades of Grey. So, gut. Einmal aufstehen, bitte. Und wir wollen mal kurz Code 3, Local Backup Units holen. Sie folgen uns in der Zeit. Ich versuche übrigens mal den Macher der, also Finke und den Macher des Police Radios zu kontaktieren. Oh, da haben Sie eine. Gleiches Zeil hat sie. Der ist nicht auf dem Weg zu uns, oder? Versuche ich mal zu kontaktieren und vielleicht eine Beta-Version rauszuholen. Der hat, es gibt einen anderen, aber der hat natürlich 100.000 Abonnenten. Aber trotzdem, der hat eine Beta-Version. Ach, so, da muss ich angefangen. Und vielleicht kriegen wir auch eine, wenn wir nett sind. Und das wäre natürlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Illegal Street Race? Oh, da wollen wir gleich hin. Sie gehen hier bitte schnell rein. So, gut. Wir haben das Patch. Sie geht da hinten rein. Gut, und wir müssen schnell zu einem illegalen Straßenrand. Damit haben wir die letzte der neuen Aktivitäten. Und da haben wir natürlich gleich unseren Bravado Buffalo dafür. Den perfekten Wagen Repair. So. Gut, dann wollen wir hier. Illegal Street Race brauchen wir natürlich erstmal Local Air Support. Local Petroleum, Local Petroleum Unit, 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 Local Petroleum Unit und noch eine Local Petroleum. Das wären jetzt 8, wenn ich mich nicht irre. Schadet auf jeden Fall nicht. Es haltet sich hier um... Um Straßenrennen zwei getunte Fahrzeuge wissen wir noch nicht genau, um was für Fahrzeuge es sich handelt. Aber wir sehen schon auf der Map, die heizen hier ganz schön durch. Genauso wie wir hier gerade durch den Verkehr heizen. Oh. Shit. So, wo können wir ihn denn in dem Weg überhaupt abschneiden? Unsere Einheiten kommen schon mal gar nicht hinterher. Ein Glückwunsch mit dem Hubschrauber. Wattala. Schön zusammenbleiben. Entschuldigung, ich muss da einmal durch auf die Intersection. Danke sehr. Gut. Hier hoch. Und jetzt müssen wir aufpassen mit den Einheiten von links. Oh Gott. Oh Gott. So fährt man hier nicht rum, Leute. Schlampige Polizei war denn nicht das? Hauen wir nochmal. Local. Local. Oh. Es wird auf jeden Fall jetzt nicht so angenehm, hier hochzufahren. Es wird eine schwere Verfolgungsjagd. Oh shit. So, mehr Einheiten auf dem Weg, um hier dieses illegale Straßenrennen zu beenden. Es bebrächtet mal eine Mod, um Straßensperren zu machen. Die wäre gut. Uh, das war knapp. So, das... Oh Gott. Sheriff Office Blaine County hilft uns jetzt schon dabei bei der Verfolgungsjagd. Aber unsere Patronions kommen einfach nicht hinterher, ne? Die werden hier eiskalt abgehangen. Da vorne haben wir die beiden Fahrzeuge, sind zwei Sportwagen auf jeden Fall. Das eine scheint mir ein Phoenix oder ein Runa zu sein. Ist auf Entfernung. Weg, weg, weg. Ja, das eine ist ein Runa. Ein weiß-grauer Runa, den wir verfolgen. Und das andere ist ein roter oder schwarzer Pferd, wenn ich das richtig sehe. Auch wenn ich mir da nicht sicher bin. Uh, uh, uh. Oder was ist das? Oh Gott. Könnte auch ein Koma-Foto... Ne, was ist das? So, auf jeden Fall erstmal Request Pit. Ja. So, was ist das andere? Okay, die trennen sich. Die verfolgen den, ich verfolge ihn. Gut, dann sind wir jetzt die allein. Die, die allein den verfolgen. Die anderen dürften den kriegen. Hoffe ich doch, sehr. Zumindest ist das Hubschrauber dran. Wir verfolgen einen... Oh Gott. Sultan. Ne, was ist das? Was ist denn das? Äh, Asterobe. Asterobe heißt der, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Spatial Crescent perform to pit. You're clear to pit. Dann wollen wir das mal pitten. So, PIT-Manager wird durchgeführt. Wenn wir ihn das nächste Mal in der Nähe haben, jetzt bitte noch vor der Stadt, wäre das sehr... Beziehungsweise... Oh, oh, geht ein riesiges Risiko ein. Und jetzt wollen wir aufpassen, dass wir ihn hier nicht in das Traffic reinhauen. So, stehen bleiben, stehen bleiben. California Highway Patrol, steigen Sie aus Ihrem Wagen. Steigen Sie aus Ihrem Wagen. Stehen bleiben. Ach, shit, das war zu weit entfernt. Müssen wir sie jetzt echt tasern? Machen Sie doch so eine Scheiße nicht. Nochmal Local Patrol Unit. Nein, ich will nicht nochmal pitten, Leute. Ich habe das Gefühl, dass gleich unser Wagen jetzt weg ist. LSPD, auffassen. Meine Güte. Beziehungsweise CHP. California Highway Patrol steht auch drauf. Okay, wir müssen wohl den Schuss abgeben auf die Person. Oh, und... Das war fatal. Corona Service. Oh, hallo, weh. Oh, ich habe noch einen Re getasert. Wie sieht das aus? Wartet. Nein, das ist nicht die Q3. Okay, die Corona kommen. Sie kümmern sich darum. Dann können wir hier gleich noch einen Toad Truck anfordern. Das macht er alles, ne? Wunderbar, wunderbar, Leute. Ich muss weiterhin zu meinem Auto zurück. So, dann können wir gleich noch einen Toad Truck holen. Ja, die machen das. Aber nicht das Reh mitnehmen, bitte. Also, der Polizeiwagen steht sogar noch da. Wahrscheinlich sind die Typen mittlerweile über alle... Was ist schon 20 Minuten rum in der Folge? Was? Ist ja unglaublich. Police Radio ist Crash 9. Nicht schon wieder. Okay, die Corona sind... Die rufen wir jetzt mal in nächster Zeit nicht. Die scheinen ein bisschen instabil zu sein. Irgendwie, warum auch immer. Police Radio. Gut, der Astro ist auf jeden Fall... Ne, der ist noch nicht weg. So. Dann brauchen wir einmal einen Toad Truck. Toad Truck. So, danke. Boah, so muss man einsteigen können, ne? Wie weit ist denn das? Buuh, die sind am Arsch der Welt schon mal. Fahren sie auf jeden Fall mal hier lang. Und hoffen, irgendwie da zur Polizei... Äh, zur folgenden Zeit aufschließend können. Drei Kilometer sind wir entfernt. So, um Polizei im Einsatz, bitte einmal aus dem Weg gehen. Wo, 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 shit. Da hatten wir einen Unfall. es wäre ein ziemlich schlimmer machen gewesen vorsichtiger fahrt gut klopfen weg 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 ich brauche noch haben wir einfach noch ein lokal support und wir fahren jetzt rechts rein wir sind auf dem video street fahren richtung süd in downtown winewood biegen links auf die auf den winewood boulevard oder abhaut 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 gibt es um den besseren weg nehmen könnten hat die fahren jetzt hier weiter kommen wir auf die straße ich habe jetzt also hier irgendwie vor der verfolgung zu kommen und möglicherweise eine straße vergeben zu können das ist natürlich das bike strip not gehen ich habe sie zwar drinnen ich könnte sie auch aktivieren wirklich eine gute position kommen aber ist eben doch schon sehr entschuldig und da hat uns leck grad ein bisschen ist zerstört was ich kann mit dem wagen gar nicht ganz zurecht und fällt mit den legs nicht wenn eben die langsamen waren gewöhnt so für das ziel noch weiter ist die frage nein okay das ist aber gut das ist aber gut können jetzt auch spekulieren dass er weiter auf dem highway bleibt das wäre und der nächste weg zum highway oder der lichter schwarzlicht nicht günstig nicht günstig so das geht auf der flüge ich sagte gerade auf ich glaube das runter von früher wenn das richtige gesagt hat nicht wirklich oder doch auf der flüge ach gott nö muss ich hier wieder anders fahren oder wie geht da fährt auf jeden fall erstmal ewig lang kommt hier raus kann man da auch irgendwie ja wir können hier wenden wir sind die polizei staatsgewalt darf das weg 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 telefonia patrol im einsatz und jetzt einmal links abbiegen muss ich weiß man ein bisschen langsamer lieber um nicht in alles rein zu verschwischen weil das ist und ich will das hier relativ vieles zu spielen das erste mal glaube ich dass ich den neuen also halbwegs neuen action sehr beispielsweise einfach so rumstehen wo wir sind auf jeden fall nah an der verfolgungsweg dran aufpassen chp muss durch ziel fährt weiter auf der dings wo könnten das möglicherweise wirklich könnten vielleicht wirklich spike strip ausrichten wie platziere ich die das ist jetzt die gute frage war das mit k kann ich die spike strip platziere ist auf jeden fall in einer guten position so sie kommt hier her und da wollen wir load placken äh nein spike strip spike und spike barrier genau ok instantly crashed unload placken spike ber spike barrier ja gut dann wollen wir hier war ach können wir eigentlich eine bessere dings abgeben eine bessere straßensperre gut da kommt das ziel so wir sind mit unserer schrotflotte draußen geben schütze auf die reifen ab gut zwei reifen sind kaputt er sollte nicht mehr weit fahren gut dass sie hier dran geblieben sind oh gott ah motor oh shit ah und die drehen uns ab was macht ihr denn da er sollte eigentlich im moment die kontrolle über seinen wagen verlieren so und ja da seine reifen sind schwatt das sieht man und er kann nicht mehr schnell fahren PIT wird ausgeführt der polizei jetzt können wir ihn da einkesseln wir stellen uns da vor so und jetzt aus dem wagen raus raus aus dem wagen raus aus dem wagen die hände hoch hinknien und die hände auf dem boden äh hinknien und die hände auf dem kopf verschränken fahrt ihn bitte nicht an fahrt ihn an okay ich äh da hinknien und die hände in der boden verschränken äh auf dem mit dem kopf verschränken rest of the suspect gut und jetzt kommen sie hoch wieder mal eine erfolgreiche verfügung sie habt und steigen mal bitte in den in den da hinten ein der ist doch gut so hier steigen sie bitte ein alles erfolgreich leute code 4 wunderbar wieder einmal ein erfolgreiche auftrag wir haben das ziel auf jeden fall festgenommen wir brauchen noch mal einen towtruck hier bitte das wird schon hier die towtruck am thema location jetzt würdet ihr wäre es verzweglich wenn ihr ihn abtransportieren würdet da kommt der towtruck jetzt irgendwo auch hasen ich muss den tasern sorry ich muss den hasen tasern wartet griff von der hero patrol muss den hasen tasern oh gott oh gott die armen oh das ist so kluft oh nein sterben die dadurch da ist noch ein bisschen strom wir können leben lebt weiter also ich zappel noch ein bisschen alles gut jetzt gehe ich wahrscheinlich in die geschichte als der ultimative tierquäler ein ja ich nehme meinen wagen weg warte kurz ich will ihn kurz repairen und ich will mich hier das war so viel zum thema highway patrol ne so mal hier rechts ran fahren kurz haben wir noch zeit sind ja in der nähe des highways machen wir denke ich mal ähm das ist glaube ich schon ein highway würde ich sagen wir stellen uns einfach mal hier so hin 1340 meter Luftlinie und ja dann wollen wir da mal einen kleinen speedfall aufstellen so wir überholen mal kurz da 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 ja also ich versuche hier mal fincon zu kontaktieren und eine kleine bp version rauszuholen also eine meta version denn der hat unter anderem jetzt auch schon keine unit also mit hunde und hundestaffel einheit und so und das finde ich ziemlich geil die zu haben weiß man nicht klappt fire police medical emergency call da 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 wir nehmen hier etwas speed auf wir sind polizei wir dürfen das woopsala das war klar und dann haben wir gleich der Hubschrauber bleibt noch bei der übertragung äh bei der bei dem festgenommenen dann was haben wir denn hier lass dann das achso hier haben wir sicherheitszone das wäre meine on ramp deswegen wollen wir mal hier rechts fahren ab da 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 dann stehen wir uns gleich auf den seitenstreifen und werden mal hier patrouillieren was ist denn hier für ein speed limit steht es da hinten oh steht es nicht keine ahnung guck mal drauf was die so fahren ne server 61 da hinten fahre ich schnell band stalker mule picador bella machen wir mal 50 50 ist das limit ab 55 halten wir sie an das war schon knapp ne eben ist einer so schön schnell gefahren warum fahren die jetzt nicht mehr schnell akuma na da oh der 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 akuma war 54 aber der dings schießt jetzt nur wirklich drüber oder die bob 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 und er weiß gleich dass er daran ist so brauchen wir unsere waffe nicht Schönen guten Tag, California Highway Patrol. Ich denke, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. So, ähm, dann würde ich gerne mal, einmal Ihren Führerschein haben. Danke. Wir checken das einmal durch. Bitte warten Sie kurz. In der Zeit machen wir mal kurz hier einen Playcheck auf die Bobcat. Gut. Dann wollen wir Antonio Santana. Wollen wir mal mit dem Radio durchchecken. Antonio Santana. Jetzt machen wir aus Versehen. Breath of the License Test wollte ich gar nicht machen. Doesn't have Alkohol. Ist gut. Antonio Santana. Gut, dann checken wir erstmal durch. License ist wählt. Und 0,7 India Fox Road India 9 3, 3 Checken wir das nochmal. Gut, dann werde ich nochmal kurz Ihren Wagen durchleuchten. Wo könnten hier eine... Ah, okay, die machen jetzt schon. Machen wir trotzdem mal eine Speed Limit auf 20 Meilen pro Stunde. Ich werde einmal Ihren Wagen durchsuchen. So. Wir fahren... Oh, da haben wir einen... Na, wobei, eine Leistungsplatte heißt ja noch nichts. Könnte sein, dass er die gerade zum nächsten Auto transportiert. Äh, ich hätte sie gerne trotzdem einmal aus ihrem Auto ausgestiegen. Ähm, einmal aus dem Fahrzeug wieder aussteigen. Der Herr... Ich werde sie jetzt einmal durchsuchen. Wird einmal umdrehen. Ich glaube, ich durchsuche jetzt ihn, oder? Ja. For nothing of interest. Gut, dann können Sie wieder zurück in Ihren Wagen und... Nein, ey, ich wollte ihr noch ein Strafzettel geben. Okay, das soll der jetzt noch nicht. Ich hoffe, der haut jetzt nicht wieder ab. Nur weil wir hier... Uh, das war nicht das falsche Fahrzeug. Ah, fuck. Den will ich anhalten. So. Fährt dran. Ähm, machen wir dem mal Platz. So, einmal bitte ranfahren. So, gut. Ich wollte Ihnen noch einen kleinen Strafzettel geben, der Herr. Okay, also wenn wir den Check machen, dann gehen... Dann gehen die endgültig auch rein in Ihr Fahrzeug. Gehen wieder weg. Das finde ich gut. Also, die waren ganz schön... Also, sie sind schon ziemlich zu schnell gefahren. Machen wir mal... Einmal 100 Dollar Strafe, bitte. Wir werden den Strafzettel ausstellen. Hier sind Sie gerade leicht dabei, wenn ich den schreibe, mit meinen wunderschönen Händen. Und ja. Dann... Fahren Sie bitte das nächste Mal vorsichtiger. Es könnten Menschen ums Leben kommen. Gut. Dann wäre auch das wieder geklärt. Puh, ist es... Ist es 1816? Nein, wir wollen... So. Hier rechts blinken. Ich denke, wir dürfen hier rechts abbiegen. Vermute ich mal. So. Und dann wollen wir mal kurz zur Tankstelle fahren. Ich habe zwar jetzt nicht die Fuel-Mod drin. Die könnten wir ja reinmachen, aber... Wofür jetzt? Weil... Ich denke mal, in den 30 Minuten wird unser Sprit eh nicht leer. So. Gut. Dann tun wir mal so, als wir in die Auftragung und gehen jetzt mal zu dem 24-7-Supermarket. Ach ja. Und ein weiterer Tag geht zu Ende. Der Call ist aber interessanterweise noch nicht zu Ende. Also, wir kriegen keine neuen Durchsagen bisher. Das weiß ich jetzt mal, wo einfach erschießen, denke ich. Egal, wir können gleich nochmal einen Traffic Control machen. Oder würde ich suchen mal einen der Wagen, der da steht. Schönen guten Tag. No. I don't. Ah, da, 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 da. Hallo, der Herr. Einmal Peace & Cuse. Ach so, wir haben kein Geld. Ähm, wartet. Daher. Ach so, ich kann das kein Geld haben, wahrscheinlich. Nee, wir können das kein Geld haben. Denken Sie daran, die Zeitung da oben nicht an Kinder zu verkaufen, ne? Wir tun so, als hätten wir jetzt ein Peace & Cuse gekauft. Essen hier jetzt schön. Und ja. Gut, dann, danke, Itzer. Schönen Abend noch. Ja, ich mach ein bisschen Roleplay, bevor ihr euch jetzt wundert, was ich hier mache. Ich will nochmal den Emperor da hinten durchsuchen. Aber dann laufen wir erstmal jetzt schon zu unserem Wagen, natürlich. Ich kann natürlich hinrennen, aber ich will das einfach ein bisschen realistisch gestalten. Während im Hintergrund die Sonne untergeht. Verdeckt von den Bergen Kaliforniens. Wir sollten eigentlich blicken. Vielleicht ja nicht, weil unser Auto auslöst, das kann sein. Wo bist du ausgestiegen? 1916. Machen wir mal unser Licht langsam an. So. Machen wir nochmal, ähm... Können wir da jetzt nicht irgendwie rum? Machen wir kurz hier unsere Sirene und Blaulicht an. Ach genau, da haben wir es auch repairt in unserer Tankstelle. Aber wir können es jetzt so machen, dass wir unser Auto nur an den Polizeistationen und Tankstellen repairn dürfen. So. Gut. Hallo Sir, ähm... Ist das einer Ihrer Wagen? So, den Wagen will ich mal durchchecken. Machen wir mal einen Playcheck. Mit dem Emperor hier. Mit dem ist zwar alles in Ordnung, aber ich hab da irgendwie... Irgendwie hab ich ein schlechtes Gefühl bei dem. Woher finden wir denn den Besitzer davon? John McMill. Und was sagt uns das Police Radio, wer der Besitzer davon ist? 2, 1, India, November, Forks, 2, 3, 4, 8. Was sagt uns das Police Radio? Jordan Garcia. Entschuldigung, ist einer von Ihnen Jordan Garcia? Ich hätte gerne mal einmal von Ihnen... Einmal Ihre ID, bitte. Wer sind Sie? Cosby Gasparo. Darf ich Sie einmal durchsuchen, bitte? Einfach nur Standard durchsuchen, weil... In der Zerzene gab es hier leider... ...viele Drogenübergaben, da müssen Sie dann bitte rechnen. Gut, dann... Das war's auch schon. Danke Ihnen. Und einmal von Ihnen, bitte, auch... Ich fühle mich wie so ein S-Bahn-Kontrolleur oder so. Lynn Patricio... Was stehen Sie hier eigentlich so rum? Sie stehen hier rum und machen gar nichts. Den will ich erstmal nochmal durchsuchen... ...und einen Check machen. Ähm... ...und dann gerade bräuchte ich dann mal einen Check auf... Lynn Patricio... ...ja, einen Alkoholcheck kann man derzeit auch mal kurz machen... ...Leistens werden, nur Act of Ferens, nur Alkohol, nur Splat. Ähm, okay, dann will ich aber nochmal kurz... ...sie durchsuchen. Was auch immer, Mann. Was auch immer, Mann. Aber alles okay ist bei ihm. Alles klar. Okay, dann... ...pass es einfach auf, dass hier nichts geschieht. Gefährle ich langsam um die Zeit hier draußen. Wilde Tiere und so weiter. So. Gut. Und ja, dann war's das eigentlich, denke ich mal, schon... ...für diese Folge. Und der schöne Sternenhimmel... ...kommt langsam zum Vorschein. So. Können wir hier wieder drauf fahren. Der schöne Sternenhimmel kommt... ...an den Tag... ...wollte eigentlich mal eine First-Person-Folge irgendwann haben. Können wir eigentlich mal ein bisschen schneller fahren. Was wir mal bedenken, also bei den neuen Calls müssen wir die Leute erschießen. So, wir sind los. Ah, hier dürfen auch rechts überholen. Gut, aber ja, ich denke mal, das war... Ich liebe die Spiegelung auf dem Motorhof, ne? Ich denke, das ist ein relativ... Nope, wir wollen hier bleiben. Relativ erfolgreicher Tag gewesen hier... ...für unseren California Highway Patrol Tag. Und ja, ähm, schreibt's mir in den Kommentaren, ...ob's euch gefallen hat. Was gefällt euch denn bisher am besten? Blaine County... ... ähm, Patrouille normal in der Stadtpatrouille. Vielleicht hier so... ... ähm... ... einfach eine normale... ... California Highway Patrol... ... also eine Highway Patrol Patrouille. Okay, das war jetzt nicht wirklich so. Aber so wie eben würden wir das dann eben häufiger machen. So an Raststätten gucken. Wie geht's den Leuten? Ob irgendwas Illegales vorgeht. Autos durchsuchen. Und ja, ähm, Motorrad-Ausgabe werde ich natürlich auch bald noch machen. An Markt, also... ... Undercover werden wir auch noch machen. Ich würde dem normalerweise folgen, aber das lassen wir jetzt mal. So, okay. Das ist jetzt... Dann wollen wir hier mal... Oh Gott. ... und... ... Steuerung O... ... einmal Traffic Slowdown. Das wollen wir nochmal kurz klären. Der Unfall war jetzt ein bisschen flätt. Steuerung Z. So, gut. Es tut mir extrem leid, dass ich ihn gerade draufgefahren bin, aber... ... warum haben Sie da so abrupt gebremst? Einmal bitte Ihren Ausweis bitte. Dann können wir uns auch... ... kann ich die Versicherung und alles nachgucken. ... damit alles okay ist. Machen wir mal im Hintergrund einen kleinen Klettschack aufhin. Ah, jetzt habe ich aussehen durchsucht. Oh, Waffe und Kokain, okay. Äh, wie hieß der Typ? Nochmal Ihre ID bitte, ich brächte mal kurz den Namen. Wie hießen Sie? Waffe und Kokain... ... Chat Carter. Alles okay, damit... ... Subject Record Check. Machen wir mal kurz. Ähm, brauchen wir erstmal noch, ne? ... 3 Unit. Ähm... ... ähm... Wunderbar, es ist immer wieder tolle Bilder hier, ne? Gut. Dann... ... unsere Einheit sollte eigentlich im Moment kommen. Und derzeit bitte ich sie auszusteigen. Denn für das Kokain haben Sie definitiv keine Lizenz. Oh. Aussteigen, aussteigen, Hände hoch. Hinkriegen und die Hände in deinem Kopf verschränken. Hinkriegen und die Hände in deinem Kopf verschränken. Wo bleibt unser Backup? Ach so, die fahren jetzt wahrscheinlich woanders hin, ne? Go, tun mal so. We've got a 1099 in... ... So. So. Die kommen nicht hierher, ne? Nope. Naja, dann setzen wir sie einfach mal in unseren Polizeiwagen. Gut. Das war jetzt natürlich etwas blöd. Wir bräuchten einen Toad Truck hier. Jetzt durchsuchen wir ihn nochmal. Ach so, ihn können wir natürlich auch nochmal durchsuchen. Er hat nichts dabei, den Toad Truck. Was mach ich jetzt? Ach so, wir sind jetzt nicht so, ne? Nochmal. Toad Truck. Ach so, doch, da haben wir unsere Patrol Unit. Danke Ihnen, Leute, dass Sie nochmal herkommen. Einmal reinsetzen in den Sheriff Cruiser, bitte. Towing Company kommt von der anderen Seite. Wo ist sie? Ist sie jetzt nicht in das Auto? Verdammt. So, warten, bis er drin ist. Gut, danke. Ihr fahrt hier nach Hause. Unser Dings kommt jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Egal, gut. Dann können wir, denke ich mal, hier die... ...Grenzung aufheben. Machen wir mal die Barrier weg. Den Wagen wird ja... Der Wagen wird geholt. Ihr bleibt hier an der Stelle, bitte. Ich mach dann mit Papierraum. Alles klar, danke. So, gut. Das war's dann aber auch wirklich mit der heutigen Episode. Also, schreibt mir bitte in den Kommentaren, was euch so gefällt. Mit, also Polizei, also normal in der Stadt, Blaine County, hier California Harbor Patrol. Also, Undercover und Bike Patroles werden natürlich auch kommen. Wir werden auch mal Park Ranger sein und alles Mögliche. Was ihr die Mods liefert, neue Mods ausprobieren. Und die ganz vielen Sachen testen und die ganz vielen Sachen testen, die wir noch nicht gemacht haben, natürlich. Dann, ähm... Das wollte ich sagen, genau. Und ich hoffe, es freut es euch auch, dass ihr jetzt dreimal täglich, äh, dreimal in der Woche kommt. Und... Nee, 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 nee. Also, dreimal täglich und das, äh, dreimal wöchentlich. Und das gefällt mir auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, euch gefällt es. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wirst du schon. Und ich hoffe, es kann ja sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.